erst mal belohnung mal jetzt hier mit dem markt 500 account da kommt auch ein bisschen was zusammen und er müsste sich auch eine box leisten können ja heute mal ein box-opening vielleicht auch nach wie flüssig das ist so dann schauen wir mal was alles und 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 vielleicht habe ich bei deinem account ein bisschen mehr glück ja und dann drücke ich auch noch mal drauf und 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 nein aber wenigstens eine lecce haben wir schon mal eine lecce ist da musst du dir überlegen guckst du an was wieso ist die scheiße und so ein angebot und 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 er hat ja wohl zwei stück geil das ist aber drei lecce drei lecce hast du auch noch lecce stones oder so ist keiner musst du mal gucken durch die ganzen boni nein reicht nicht das muss ich weg mega 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 zu stück und 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 na schade und schade na gut aber immerhin drei lecce sind schon mit hinzugekommen mega geil so mega 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 so cool guck dir mal guck erst mal rein was du jetzt inzwischen dein dick inwiefern die jetzt da reinpassen ja da hast du bis jetzt ja noch nichts gemacht so die kann das sogar die sieht eigentlich ganz gut aus ja 13 37 ja bis jetzt direkt schon reingetan hätte guck erst mal da muss ja noch erforschen diamond crusher ist das auch eine kombo karte na gut Dann guck mal in deine Forschungscontainer rein und mach mal die nächsten Sachen schon mal mit rein weil das macht auf jeden fall Sinn die habe ich nicht ich habe diesen diesen brian brian dings da tschüss